Ich denke, dass er effektiv an dem Projekt komplett über die Stränge geschlägt hat. Er ist eine reine Wut von einem gewissen Biotop-Abbau, anstatt auch einfach den ökologischen Wert von dem All-Solchen zu sehen. Und er hat an der Stadt so terrible viel beim Verloren. Ich will er gar nicht polemisieren, wieso er, wo er, wie er wird. Er hat mir unter terrible viel verloren. Aber wir haben hier dringend ein Projekt gestimmt, wo man mit einem banalen Berg ein Projekt speziell gestaltet, dass dieser Berg bestohlen kann. Also Leute, die so ein Berg kennen, die wissen, was er schmeckt hat. Es ist auf jeden Fall so, dass man wirklich alle Berg, die den ganzen Charme von Petrus ausmacht hat, obwohl es lieber ein Mann eine perfekte Renaturierung hat von einem Berg, dass diese Berg müssten verspannen.